Ja, also ich muss sagen, ich habe da ein sehr gutes Gefühl. Die Mannschaft hat im Training sehr fokussiert gewirkt, war eine gute Energie zu spüren. Und ja, ich habe meine Mannschaft versucht darauf einzustellen, dass morgen Abend da in Paderborn definitiv der Baum brennt. Das glaube ich auf jeden Fall. Wir werden gefordert werden und brauchen da alles, was in uns steckt, auf dem Platz. Mit Michel haben sie jetzt einen Angreifer, der sich in einer super Form präsentiert, schwer zu verteidigen ist, schnelle Leute auf den Außenbahnen. Ja, also wenn man die Torquote sieht, ich glaube, die liegt bei drei oder vier pro Spiel. Was sie bis jetzt gemacht haben, haben unter der Woche noch Münster klar beherrscht im Pokal. Ja, also alles das deutet darauf hin, dass wir auch eine Mannschaft treffen, die zumindest mal im Vorhinein auch von mir Respekt verdient hat. So habe ich dann auch versucht, unsere Mannschaft einzustellen. Und ja, deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwie, keine Ahnung, dass ich das jetzt so hoch hängen wollte, sondern das ist einfach mein Gefühl, dass ich glaube, dass wir da morgen Abend brutal gefordert werden.